Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Monster Hunter 3 Ultimates. Genau, heute mit Chacha, mit Kayaba, mit dem Dennis und dem Manuel. Ja, dem Esel und dem Manuel. Heute machen wir die Quest, nein, nicht Wasserschaden, sondern die Quest Ludrotklage. Er jage zwei Königsludrote. Ja, klientschlauer Ex-Fürst, zwei Ludrotherden fechten im Flutwald immer heftigere Gebietskämpfe aus. Jemand muss die zwei Königsludrote, die die Bestien anführen, erledigen, sonst ist der ganze Wald in größter Gefahr, wenn der Damm bricht. Oh mein Gott, wenn der Damm bricht. Ich muss natürlich noch ganz, ganz schnell und heimlich meine Vorräte aufstocken. Und ich fühle mich jetzt feststellen. So, aber ansonsten habe ich glaube ich so weitgehend alles. Außer Dumm-Bomben. Hast du Dumm-Bomben? Wer braucht Dumm-Bomben? Ich nehme Dumm-Bomben. Ich nehme Dumm-Bomben. Wenn du Dumm-Bomben mit. Und dann kann es losgehen. Genau. So, der Manuel mir seinen wunderbaren Kurupeco Jagdhorn. Jagdhorn. Jagdhorn und ich mit meinen wunderbaren Agnactor Doppelklingen. Ja. Das Kurupeco Jagdhorn ist leider immer noch nicht aufgebessert. Oh. Ja. Mir fehlt dazu noch ein wunderbares. Wer darf natürlich wieder im Camp spawnen? Wer darf das? Der Dennis darf das. Bei 4 ist glaube ich. Bei 4 und bei 3. Ach ne man das ist doch shit. Bei 4 und bei 3 jetzt gehe ich erst zu 4. Genau halt den mal bei 4. Damit wir den an Land als er es besiegen können. No. Oh. Ich hab keine Pain-Polz. Die Woche schon nicht. Oh. Du hast doch Ki-Gamber. Ich hab' Ki-Gamber. Ich hab' Ki-Gamber. Ich... Molle mich durchzuführen. Dann erstmal. Ich muss immer mal wieder gucken. Was machst du das für Lieder? Ich muss dich sehen. Ja. Ich muss noch gucken was für Lieder ich bin. Ich bin. Schlam und Schnee nicht. Gesundheit. Gesundheit stark. Das kann auch nur Scheiße spielen. Kann das sein. Nein. Also da habe ich ja wieder. Die waren ja schon. Das ist gut. Ja. Spiels. Ja jetzt wirklich nicht so oft Jagd. Aber ich hab mir so gedacht. Ne wird immer Zeit. So Jagd. Okay. Ich kämpfe dafür. Und so öfters mit Doppelklicken. Und merke gerade da ich nur eine Hai und keine G-Rustung habe. Ah ja okay. Gesundheit ist natürlich grün-weiß-blau-grün. Ja. Ja spiel du ich. Ich mach mir mal nichts. Ah. So wie wär's mit dem Take hat? Tadey Tadey. Grün. Lass dir Zeit beim Spiel. Weiß. Nein. Er hat mich gehittert. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Blau. Und jetzt. Dudel dein Lied. Und grün. Und dann wird's Zeit für mein Lied. Oh. Da könnte der zweite ja spielen. Schau jetzt auf die Wand. Deo. Hat irgendwie nicht gebracht. Deo. 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 Das muss man aber echt wissen, man muss einen Jagdhorn kennen wie so ein Motorrad. Nee, ernsthaft? Sollte man ja. Und wenn man mal manche Gameplays von manchen Jagdhorn-Spielern grönt, guckt, die Jagdhorn gemaint haben und eigentlich nur mit Jagdhorn spielen, was die da raushauen mit dem scheiß Jagdhorn, das ist abnormal. Jetzt geh weg, ich muss den Täter machen, du scheiß Vieh. Weg, 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 weg. Blau. Grün. Okay. Zeit für ein Yi-Chin. Schon wieder das die... Ja, ich wollte mir ein bisschen Gesundheit brauchen. Ach, das ist Gesundheit? Ja, Gesundheit und Deo, aber Gesundheit ist da nicht viel bei. Nein, meine Waffenstärke ist schon... Nein! Ich will nicht verrecken. Das hier sind Let's Play, da darf ich mich verrecken. Das nächste Mal nehme ich, glaube ich, Lebenspulver mit. Hab ich schon dabei, brauch's nicht. Gut. Okay, nice. Jetzt kommss... das ist natürlich man an das ablenkungsstück aber was hast du noch für eine Waffe Salamander Aknack oder Doppelklick G-Rank ich krieg das früher oder später sowieso mit wenn du mich da anlässt die Zuschauer die schreiben nämlich immer so wenn es lügt das ist eine I-Rank Waffe ja das ist schon eine I-Rank Waffe ist aber auch eine I-Rank Quest also ja ok aber Aknacktor ist noch nicht mal online in dieser Quest Stufe ja warte ich guck mal kurz das Ding hat 260 Feuer wie viel hat denn dein Ding, deine Trompete 300 kann das sein 230 warte muss ich nachgucken 200 ja und wie viel Rohschaden macht dein, machen deine Doppelklink äh nicht viel 252 ich wette es aber mal wohl also 273 mit Amulett und so zusammengerechnet ach du nimmst doch auch noch mal diese Amulette mit ja meine Panzerkralle, mein Panzer Amulett weiß, grün, weiß ist das ein Humpeln? ja warte ich mach was da komm ich eh nicht durch wo ist der hin? äh nach 8 müsste der, oder? gejamber, 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 was sagst du dazu? gejamber, sag mal was dass er immer erst zu einem hinkommen ist das so doof ja der ist nach 8 soll ich den Kappen gehen und dann äh machst du den anderen grad schon mal? ich geh keppen und du machst den anderen grad ja wo ist der andere denn? ok der andere sind zwei ja dann geh du keppen ich kann auch killen, nein geh du keppen, du gehst keppen, nein du gehst keppen, 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 du weißt doch nicht mal wo das Gebiet ist doch, wer zuerst da ist, ja ich mach den ersten schlag, nein, nein, weißt du was, wir töten einfach beide, jetzt mal der andere erholt sich grad, ach das ist ein bisschen was die sich erholen, das ist gar nicht so viel, das ist voll viel, doch, außerdem hab ich grad Angriffsstärken plus 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 bekommen, ey, diese Mannix hat nur mein Steak gestohlen, ach mir reicht es, ich geh in einen jetzt keppen, notfalls tötet man dich, ich wollte ja, es hat ja eigentlich Sinn gehabt, dass du in den keppen gehst, weißt du warum, weil ich, ich nehme auf, ja und dann sehen die Zuschauer nämlich dann bei mir noch das, das spannende Gameplay, ne ah, mit dir und Käpt'n, das ist auch spannend Ruhe diese tödliche Ruhe oh mein Gott du, Klaus, bin ich mein Gegengriff, du scheiß mehr nix friss den Salamander na, ok, der humpelt noch das ist ja ja noch Capable Capable so, komm mal, ja ich bin ja voll in die Falle oh nein, so und zwar sauber hast du toll gemacht ja, wenn ich es weiß, kannst du da noch mitsnacken du mit deinem knackte Doppelkling ich mein, bei Doppelklingen, die machen so viel Element Schaden, das ist einfach... das ist übel deshalb habe ich auch diese Brachydeos Doppelklingen ganz gerne ja, ich glaube, wenn ich mir eine Brachydeos Waffe mache, mache ich mir auch die Doppelklingen ja, ich würde mir sowieso, ich habe den Hammer, ich habe die Doppelklingen, ich habe das Langschwert und ich habe das SNS vier Waffen habe ich von dem was auch eigentlich, finde ich, reicht ich finde, eine reicht die sind ja noch nicht mal so gut, also wenn du guckst, dass was manche mit Erwachen haben so ein Großschwert mit 620 Schleimelement äh das ist dann schon abartig, ne? du kannst den Tail ausnehmen, wenn du willst, ne? ja, wo ist das denn jetzt hin? ja, sag mal nach 1 bestimmt, oder? ja, die ist 1 und was hast du bekommen? äh, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht gesehen ich habe nur noch Rubin bekommen ja, klar oh, ich habe nie einen Stein bekommen ah, und ich habe jetzt auch mal so gerafft, wie das so ist, ne? also, es gibt ja diese Hüllen und so, ne? hey, wie, was? also Mon von irgendwie so einer Art Raternhülle oder so, also G-Rank-Objekt ja ähm, und zwar ist das, glaube ich, so die Platten sind die Low-Rank-seltenen Objekte ja, das war mir klar dann gibt es die Rubine das sind die High-Rank-wichtigen Objekte und dann gibt es noch diese Hüllen und die und die Nierensteine ja, genau ähm ja, sowas, genau die Steine und so und so, das ist dann halt so G okay das ist so das ist nämlich aufgrennt das ist nämlich, die Platten sind selten halt ja oder so genau das merkt man ja auch, die Platten kriegt man ja im High-Rank total hinterhergeschmissen siehste das ist ja wirklich so und dann, ähm, die oh, das ist schwierig, die Steine, ne? ne, die Rubine sind nämlich, ähm ne, ich glaube Steine sind auch wie Rubine ja, komisch auf jeden Fall die Hüllen und dann gibt es aber noch was, das ist so ja, also mit dem T-Rank-Zeug, keine Ahnung kenne ich noch nicht kommt noch kenne ich noch nicht kommt noch schnitzel, schnitzel, schnitzel weißt du, dass ich kein einziges Mal gewetzt habe? ich hab einmal gewetzt und ich hab noch immer grüne Schärfe ne, ich hab nicht so viel grüne Schärfe, wenn man mal guckt bei mir äh, Ausrüstung hier ein bisschen ach du Scheiße, so viel Blau hab ich pff, toll wobei das eigentlich mal meine beste Schärfe-Waffe ist Quest erfüllt wir müssen noch die Welt-Quest machen später nochmal das ist kein Problem und zwar diese Bufango-Quest oh, Balgen mit Bufangos Rangel mit Bufangos gerangel, 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 gerangel was haben jetzt alle mit diesem Wort rangeln, ey? keine Ahnung nur wenn es da diesen Rangel-Song gibt, das fuckt so ab gerangel, gerangel Ermüdungs-Fisch, den nehmen wir mal mit, gucken wir später, ob wir das verkaufen wir schauen auch mal Garcia mit Bufangos ach und jetzt und da bist du und geht wir auch nicht gefallen wir auch nicht mal wieder dabei wenn es wieder heißt jagen oder jagen und in der Seite auf die Fresse hauen also bis dann und tschüss